Wir kommen auf Tiflo LP, wo die Spiele zum Leben erwachen Tiflo am Steuer, keine Zeit sich auszuruhen, nicht mal zum Lachen Tiflo ist hier der Boss der Klötzchenwelt In Minecraft Gefilde, wo die Abenteuer sich vermelden und knallen wie ein Hieb ins Zelt In LSD Traktoren brummen, die Felder sind bereit Mit jedem Zug, jedes Ab, bringt er uns auf die Höhe der Zeit Auf Tiflo IP ist jeder Tag ein Game, mit Tiflo in Fokus ist kein Weg in den Stroh Detain, von Klötzchen der Simulation kennt er jeden Zug In seiner Gaming-Band gibt's kein Look und kein Druck In Fallworlds Dschungel kämpft er im Team mit Kreaturen und Ressourcen Ist der Gaming-Stream von Farmen bis Abenteuer Sein Mut kennt keine Rast Auf Tiflo LP ist er der Meister, der die Gaming-Welt umfasst Auf Tiflo LP ist er der Meister, der die Gaming-Welt umfasst Die Pixel leuchten, die Welten erzittern Auf Tiflo LP werden Geschichten geschnitten Die Community lebt, die Leidenschaft brennt Willkommen auf Tiflo LP Moin Moin und herzlich willkommen auf unserem Livestream Ähm, ja, kleine Planänderung Wir spielen heute Rocket League Ähm, weil ich irgendwie heute keine Motivation habe Auf dem Server zu spielen, bin ich ehrlich Ähm, und ja, dann lass uns mal starten Ne, ähm, wo brauch ich dann Discord Ähm, Discord Hab ich das schon wieder geschlossen? Nicht da So, Fluch sind auch am Start Moin Moin So, um das an meinem Mann Was geht? Und einmal hier noch auf Play drücken Moin Leo Aber ich muss glaube ich gleich die Endgame-Musik neuem wieder ausmachen Das kann angehen Guten Abend, Aurore Ist jetzt gerade ein bisschen Verwirrung in der Musik Aber kommt sofort Ähm, ja, das kennen wir Colin Äh, Colin soll ich schon, Entschuldigung, Connor Mann Apropos Colin, der war auch schon lange nicht mehr da, ne? Mhm So Guten Abend, GVM Ja, weiß nicht, ob Timo das schon gesagt hatte Ähm Ich hab's ja vorhin schon mal geschrieben Wir machen heute mal eine kleine Planänderung Eigentlich wollten wir eigentlich auf den Server Aber dann dachten wir uns, dass wir heute doch Erstmal mit was anderem starten Und gucken, wie's läuft Und eventuell sonst, wenn's Gar nicht läuft, später auf den Server gehen Ähm, oder ja Schauen wir mal Ja, aber wie gesagt Es ist halt auch Es kommt gerade halt von mir drauf an, ne? Start und vier Minuten Direkt zwei gegen zwei Zweite Chance mit eintreten Was, Turnier? Ja Ja, dann hopps Jo, ab, angemeldet Den musst du umschalten, ne, du Eumel Na ja, stimmt Da war ja noch was Ja, das war ja noch was Ja, das war ja noch was Können wir noch kurz schnacken Können wir noch kurz schnacken Aber pass schon Stört mich jetzt nicht Ja, das war ja noch was Besser bin ich auf jeden Fall Ah, das kann drei Minuten lang sein Ja, aber du, äh Immerhin hab ich ne Angel hinten noch mit dran Ich fisch mir die, die Bälle Glaub mir das Mh, das, äh Bezweifle ich sehr stark Ich glaub sehr, mein Bruder, ja Scheiße Ist meine Hand klebrig Wieso? Naja, ich sag mal so Wenn man ne Kohle aufmacht Die voll überscheunt Das ist nur wieder ne Ausrede Ich finde dein Auto immer noch richtig hässlich Ich find das geil Ich find das mega Oh, da am passen Ich hab heute neues gekriegt Ich bekomme Ich hab ja jetzt quasi alles voll Ähm Ich bei den Herausforderungen, ne Ja Da hab ich alles voll Und da krieg ich immer, ähm Wenn ich 20 Online-Spiele gemacht hab Krieg ich einen Pokal Und damit kann ich denn, ähm Bei den Belohnungen Moment Moment Bei den Belohnungen Kann ich denn, ähm Für, für, für Schwarzmarkt Für Exotik Und für das Rote Ähm Random Eis zu nehmen Wird denn geöffnet Kein Bier vor vier Connor Das ist schon Nacht Hier, du Äumel Ja, ist Auslegungssache Vier Uhr morgens Oder vier Uhr nachmittags Das glaub ich nicht Dass du vor der Tür standest Oh, Lilly hat auch Cola da Ja, die gute Cola Die gibt's Das soll jetzt bestimmt nochmal zwei Minuten Bis die Gruppen erstellt wurden Heil Wolfgang Heil Wolfgang Ja, Lilly Ich hoffe mal, da kommen nicht allzu starke rein So dass wir nicht erste Runde rausfliegen Weil das ist ja zwar Wir steigen ja direkt bei zweite Chance mit ein Was liegt ja wenn denn an dir Ja, ja, ja Gucken Wieso hast du eigentlich deine Lackierung gewechselt? So, weil ich die auch schick finde Bei Projekt Bei Projekt Pinguin Das glaub ich nicht, Tommy Äh, Connor, ja, eigentlich schon Aber ich hab, äh Also Connor 2 Eigentlich schon Aber ich hab heute keine Lust auf Minecraft Server Wir hätten noch die Auswahl gehabt Das andere Minecraft Projekt Was wir am Dienstag angefangen sind Hätten wir spielen können Oder Rocket League Und ich dachte Ich brauch heute mal irgendwas mit Action Und dann, äh Hab ich gesagt Gut, dann spielen wir heute mal Rocket League Muss einfach mal sein Wir können auch später Eventuell Kann ich Timor ja zu späteren Stunden Darüber reden Ein, zwei Runden Fortnite zu spielen Nein Nein Das wird's nicht geben Um die Ecke Um die Ecke Ich komm um die Ecke Schreib mir mal deine Post Ausleihzahl Also nicht in den Chat Discord oder so Ich will wissen, wie nah das um die Ecke ist Ob ich umziehen muss Ja, später ein, zwei Runden Das ist doch machbar, oder Wolfgang? Meinst du auch, ne? Nein Dann schickst du mir von Nachbarn die Postleihzahl Falls ihr trotzdem irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme auf dem Server habt Das könnt ihr uns jederzeit auf dem Discord-Server schreiben oder jetzt auch in den Livestreams, ne? Dann kümmern wir uns da drum Und bevor Wolfi wieder fragt, äh, wir kriegen das schon mit seinem Geld, was er noch kriegt Spätestens morgen, morgen, tagsüber guck ich wohl gerne auch mal eben auf dem Server rauf Da hab ich wohl kein, kein Problem Morgen ist der Feiertag, ne? Ja Was er eigentlich heute Abend gemacht hatte Wir haben jetzt die Möglichkeit, ähm, Items zu signieren Die auch nicht geändert werden können Das heißt, wir können, ähm, einzigartige Items verzaubert raushauen So quasi als, als Schenkel oder als wertvolles Item, was ihr teuer verkaufen könnt Genau Oder, oder, oder Die haben halt dann gewissen Verben, ne? Hi Evil Hi Evil So, erste Runde geht los Da bin ich ja jetzt mal gespannt Ja, ich auch Was sind das? Vielleicht bin ich schon Turniersieger, Timo Na und? Hat nichts zu sagen Wo stehst du? Du hast ihn Wieso, wie brüllt mein Controller heute nicht? Ich bin erstmal ganz entspannt, das Ganze Könnte sein, dass er dumm vom Spiel bisschen los ist Nein! Ich bin auch vorbeigesprungen Er auch Fängt ja schon gut an Töne ich auch Moin Simulator Muss man eben kurz Muss man eben kurz Moin Boin Im gelben Ton bisschen runterdrehen Ich bin ein bisschen laut Hast du das doch an, oder was? Ne Alter, der Ball ist richtig gebackt, hast du es gesehen? Wo Timo, der hätte sie nachkicken müssen Ja, ich habe den nicht mehr gesehen Er war irgendwie auf einmal Alles klar, hi Sami Achso Timo Ne, hab ich nicht, siehst du doch Hinterher, immer weiter Siehst du? Schade Wir dürfen nicht zu früh Na Ausscheiden aus dem Turnier Ne Weil Sonst zerstörst du mir meinen Platinrank Bist du mit? Ja Ich habe angefangen, aber ich Sehr schön Ach Mist, habe ich nicht mehr gekriegt Ich komme, ich versuche zu kommen Ja, das schaffst du nicht mehr Alles gut Mann Na egal, steht 1-1 Nein, das mache ich nicht, Tanni Muss mir auch nicht deine macht Von Nachbarort Ähm 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 Ich finde, ich finde, dass der Ball richtig am Backen ist Also gelegentlich mal Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst Scheiße Oder was? Ähm GVM Guck dir mal wegen Dings hier Wegen Simulator Player Ja, wegen Werbung Ist mein Kanalname steht da nämlich Kannst du, 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 kannst du Ja Das war richtig gut Der geht rein Ja Mist Der muss hier hinten weg Danke Jens Danke Jens Danke Jens Danke Jens Ja, ich koch gleich, ja Tanni Super Da komme ich aber nicht mehr hin Aber du da Nein Ja, schade Die Kurve war zu lang Aber da Ah, Mann Damit habe ich nicht gerechnet Ich habe keinen Boost Ich auch nicht Um hier was zu organisieren Das ist jetzt nicht gut Na, auf einmal Ich habe keinen Boost Ah 2-2 ist nicht so schlimm Wird schon, wird schon Aber es ist ziemlich Also es ist ziemlich ausgeglichen, muss man ja mal sagen Du hast ihn Glaubst du Wo bist du? Da musst du mit rausfahren, Timo Ja Wo bist du? Da musst du mit rausfahren, Timo Und dann Und dann Und dann Ich will wieder zurück. Sehr schön. Verlängerung. Ja, die Verlängerung. Ja, voll Gas. Ja, hätte ich auch mit rausschauen müssen. Oh, geht er rein? Nö. Was? Ich bin auch die ganze Zeit nur noch gekickt. Gekickt? Ja. Ah nein. Wieso lässt du mir den nicht? Musst du mir sagen, dass du da bist. Ah, der kippt mich auch weg. Du hast mir den Boost geklaut. Was ist hier links? Boost. 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 Super. Und jetzt habe ich kein Boost mehr. Fack. Ne, ist alles gut. Ich konzentriere mich nur. Also, Zwischengeräusche ist normal. Das schaffe ich nicht rechtzeitig. Oh. Oh, wieso kickst du mich da weg? Ja, weil... Ich habe dich nicht gesehen. Ach so, der Sammy. Okay. Ja. Timo, du Eumel. Ja, ich habe sie gerade eben schon gesehen. Das ist doch gar nicht um meine Ecke. Ja, aber... Hattet ihr denn alle einen schönen Tag? Das ärgert mich jetzt, als wir rausgeflogen sind. Hättest du mich nicht weggekickt, hätte ich den gehabt. Ja, ich wusste nicht, dass du da bist. Also, jetzt ein Rack rein, ne? Von mir aus. Du musst aber echt Mühe geben und bitte den Ball treffen. Ja. Der Takt war schmerzhaft. Wieso war der schmerzhaft? Hatt ich das schon gefragt, Billy? Flott Demenz habe ich auch manchmal. Gelegentlich. Mal mehr, mal weniger. Mein Rang. Ich bring dich aus Klartin raus. Hast du, hast du. Schade. Sieht wild. Du bist eigentlich schon eingewankt, ja, ne? Ja. Ja, hatten wir zusammen gemacht. Ja, auf Gold 2 bin ich noch. Äh, die langen Nachrichten lese ich sofort. Hast du denn die Mitte? Ja. Ja. Die sind sich auch nicht einig. Ja, ich fahr mal lieber wieder zurück. Hast du den zerstört? Ne, aus Versehen. Ja, das ist gut so. Oh, oh. Fall hin. Hat er dich zerstört? Ja. Sehr schön. Ja, Mann. Nein, ja. Oh, ich dachte, der geht daneben. Äh, ich hab gute Freunde heute. Das letzte Mal gesehen. Okay. Aber das ist ärgerlich, wenn gute Freunde umziehen. Ich hoffe nicht zu weit weg, damit ihr euch nur öfters wieder seht. So ist heute der Tag okay? Wo stehst du? Ne, ich fahr. Ja. War gut. Mal, ich hab mich zerstört. Ich hab keinen Booster, schaff ich nicht. Na ja, ich wurde zerstört. Sehr krass, wirklich. 66 Kilometer geht ja aber noch. Ja. da sieht man sich nicht tag täglich näher war du musst gibt halt auch schlimmeres auf jeden fall ja aber ein bisschen glück dabei oder das war genau so viel wie spiel um meinen rang nicht um deinen rang ist das nicht vergessen da war glück dabei aber definitiv glück dabei schon wieder war es nicht erst krank alles klar tschüss Connor und schön dass du da warst genau so was sollte nicht passieren also beide vorbeigefahren ja ich habe ihn zumindest bisschen irritiert ja zur mitte das ist so ziemlich da ist der Willi nicht da ne wer kommt da kommt ich kann hast du sehr schön jetzt nein 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 das ist gut da Timo ich kann dich schon beschäftigen aber wenn du hinten stehst ne ich muss das Tor verteidigen Widerlage darf ich sein ich kann das angehen dass ich anfange zu weinen Timo schnell zurück schnell zurück da hinten ist aber kein boost na der war gut na den hätte ich haben müssen aber der war schon gut äh hi Sky Gamer ähm tschüss Tony bis zum nächsten mal tschüss Tony ähm ja alles gut Sky Gamer aber schön dass du wieder da bist und wie war der Urlaub hast du Timo ja der geht auch noch oh du bist so ein Tier na guck mal wie ich den Ast reinig den angenommen hab du hengst schöner Urlaub ist immer gut natürlich bin ich rechtzeitig da nein ich hab beim hochspringen nach links gedrückt nimm die Finger vor den Knopf wenn du springst oh und sonst hätte ich den safe gehabt hast du ja Mist wo bist du komm hinter Verlängerung du musst das war knapp zum Ende schon wieder so komisch gebackt fand ich kommst du wo die Wand hoch mit dem na ich hatte keinen boost mehr ich hab auch kein boost da kam ich nicht hin zurück war noch gerade so dran aber soll ich drauf gehen ja klar nicht warten vom warten wird es nicht besser Mist 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 kommt das war ich was alles mit dem ist das2020 гу びstate olitik die in die hatten die in die vor die ich würde ihn probieren immer ein bisschen den hast du noch habe ich nicht mehr doch habe ich auch aber nicht kommt schon nach hinten es ist immer noch bauchschmerzen ist aber nicht gut kommt ja immer ganz drauf an also wir hast jetzt nicht verpasst also das übliche freitag werden wir unsere community map wo wir mehrere hüfe haben und ja immer wieder mene und sowas die lage fahren und so diese runde unter und angold 3 ja ernsthaft bist du komplett runter ich bin von platzchen raus und gold 3 da bin ich morgen wieder ne der flug den ganzen tag nichts anderes macht außer wackelig dann zu spielen seit dem unfall ja da hat er irgendwas gesagt ob das was du so gemein hast sonst ansonsten mal zum arzt fahren jetzt nicht besser wird so wichtig ist im bald treffen timo das ist super wichtig ich finde packt schon wieder so einigermaßen leicht ich habe den ball getroffen ja aber wie ich werde mir du bist auch schon wieder chronisch boost los das klang lustig da weiß ich auch nicht also was sollte man nicht auf eine echte schulter nehmen oh ne sollte man auch nicht ich bin schon wieder in der Mitte Junge hier für dich sehr schön wenn ihr der abräumen ja dann macht ihr rein dann wieder zu dir wenn du wirst das tmo dann ja ich weiß dann bin ich schneller in der kohre Soll ich da was zu sagen? Das kann ich dir nicht sagen, Tony. Also wenn du wirklich Schmerz hast, dann musst du damit zum Arzt. Definitiv. Dir bist du recht. Ja, ich bin boost von gegangen. Das ist schön. Ja, besser ist das, glaube ich, Tony. Meiner Meinung nach. Na, schräg anfliegen ist nochmal scheiße. Komm mal mit raus. Du brauchst ja nicht die ganze Zeit jetzt im Tor stehen. Ne, wollte ich eigentlich auch nicht. Bin nur zurückgefahren, wenn du mir boost gold hab. Dann bin ich die da vorne gesehen und dann bin ich kurz stehen geblieben. Bis morgen, Tony. Bis morgen, Tony. Bis morgen, bis morgen, bis morgen, bis morgen. Eintor? Ja. Ah, da steht ja 3-1. Ja, ach nee, Timo. Ich krieg da gar nicht mehr mit. Kick nach, kick nach, kick nach, wo bist du? Nehm dir im Tor, weil ich über dir rüber geflogen bin. Mein Rang, mein Rang, mein Rang. Mann. Äh, Flo wollen wir mal kurz weg. Können wir machen. Ja, okay. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr schön Timo was war das denn ja kannst du mal sehen kann ich Tore machen damit hätte ich ja gar nicht gerechnet komme ich ja mit dir heute wieder ein Platin wenn du so weitermachst bleibt Mitte da komme ich vielleicht noch ran damit falsche Rechte hochgebracht Mist der geht rein ist doch schlimm ist ganz und gar nicht schlimm Timo da war ja ein bisschen früher dran wo bist du so blöd in die Mitte mein Problem ist ich versuch den irgendwie immer anzuschneiden oder irgendwie sowas irgendwie kein Sinn macht diese jetzt haben wir beide im Tor ja ja ich muss auch so bleiben da bist du da musst du früher rauskommen Timo ja da warst nah dran deswegen wollte ich nicht Mist einfach fahren wenn er in der Mitte stehen bleibt ja ich weiß einfach voll mit Guus los ich oder du ich mach du ich werde nicht mehr so schnell 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 aber leider kein boost mehr knappe Sache du musst ja wenn du zurückfährst einfach den langen Weg fahren und dann Schirigol einfach einen 100er einsammeln sehr schön sorry war mit Absicht der kommt hoch rein wieso krieg ich für so eine Veloparade einen Dingsen nein ist das noch mal nachgekickt nein da wäre er noch angekommen hinter mir ich würde auch nur mal sicher gehen klar niemals glaube ich nicht glaube ich für dich mit naa schön da müssen wir auch mal gewinnen ne ja muss doch mal sein wenn ich schon wieder auf Gold 1 runter bin ne Timo in dir bin ich nicht mehr im Platin also ist das nur fair darfst du die nächsten drei Wochen anhören du sterb mich nicht du musst tanken du musst tanken wieso tanken ich wollte hochspielen ganz hochspielen also ein Tor musst du echt sicherer werden Timo ja ist mir egal also mit Cola mit Cola musst du tanken das ist wenig Treibstoff ohne läuft sie nicht Mist Mist der hast du eh nicht du fährst aber nicht zu viel Cola da kommen wir nicht hin ich habe keinen Boost ist das schön wir müssen mal gucken ob das jetzt Bist du Mitte? ja er war früher dran alles gut wir sind ein Gegendrohr oh schnell vielleicht komme ich da noch hin Timo den musst du diesmal haben also ein Tor da bist du echt ähm es ist heute nicht meine Parade das ist so das ist so guten Abend Chromatic guten Abend Chromatic guten Abend Chromatic ne war abgelenkt ist nicht so schlimm den mach ich zählt aber irgendwie als meine Vorlage du versuchst dir die nochmal Das sind Gegentore und ich mach die zum Glück. Irgendwann hast du alles gemacht Timo. Ist die Mitte? Der war scheiße von mir. Jetzt zieh ich ein. Die Mitte? Ja, alles gut. Mitmachen? Eigentlich nicht heute, ne? Nee. Heute eigentlich nicht. Wo steht's da? Siehst du, drei Vorlagen hab ich gemacht. Ich hab drei Paraden und sechs Tore. Schön. Timo, wir spielen so lange, bis ich wieder ein Platin dran bin. Dann sitzen wir ja morgen früh noch hier. Nee. Sack, erstes. Eine Hände aber haben können. Oder wohl eher haben müssen. Das ist dein Timo, das sehe ich richtig. Ich nicht. Sag ich richtig nicht. Oh. Shit. Das hat meiner sein müssen. Boah, Boost. Nein. Mann. Da war aber auch scheiß Situation, muss man ja jetzt sagen. Du alleine gegen zwei. Nee, ich bin zu weit reingefahren. Deswegen bin ich leicht geflogen. Deswegen konnte ich nicht mehr rechtzeitig vorwärts. Da komm ich nicht hin. Nee, alles gut, GVM. Wir sind in die erste Runde rausgeflogen. In der Verlängerung mit, äh, fast vier Minuten Verlängerung. Der Tore weggekriegt hat. Ah, vielen, vielen Dank fürs Abo. Danke schön. Timo, den musst du jetzt haben. Ich bin nicht rechtzeitig da. Schön. Du musst. Den hat er ja. Der war aber schöne Parade. Nein. Das kann nicht angehen, oder? Doch, kann es. Siehst du doch. Wieso sprängst du denn an jeden Fall vorbei, soweit du hinten bist? Weil ich lenke. Dann nimm doch die Finger davon mal weg. Nein, ich muss lenken. Sonst falle ich immer nur geradeaus. Das macht doch keinen Sinn. Doch, bei dir schon. Wieso bist du schon wieder hinten? Ja. Und übrigens spring ich nicht an jeden Fall vorbei, ja? Ich hab keinen Boost. Das wird nichts. Das sage ich doch. Timo! Ja! 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 Timo! 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 Unser Mann! Siehste, er hat sich das Lenken bezahlt gemacht. Ausnahmsweise mal. Ja, alles gut. Entschuldigung. 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 Entschuldigen Sie. Haben Sie Schiwapsischi? Er tauscht gleich an. Und er schießt. Timo. Das ist deiner Timo. Sehr schön. Hab ich doch gesagt. Das ist deiner. wirst du auch haben können ja aber da bin ich nicht böse drum abseits falle ja gehen wir gerne versuchen aber ich glaube das wird nicht funktionieren ich finde immer noch das spiel heute richtig beschissen läuft ja sehr schön abseits von einem spiel ohne schiedsrichter wir haben auch richtig bildung gespielt ja ich wusste zu 100 prozent dass du den hast genau du dachtest dass ich den wieder durch das dachte ich vielleicht auch in naturlos der wird jetzt sehr schön timo was ist jetzt mit den los kannst du mal bitte jede runde so spielen das würde auffallen lilly nicht zu schnell tränken sonst ist vielleicht den ganzen raum er kann ich verstehen die folgen wo macht er noch ein macht er noch ein jetzt habe ich auch kein boost mehr 54 wegen dir ich werde hingekommen was wird zu ich werde ich war da noch halb dran so ein bisschen mit einem körperchen sind noch drei sekunden also wasser ja in drei sekunden kann so viel passieren mein freund siehst du schade drei sekunden kann sehr viel passieren ja kann aber lilly hat ihren eigenen cola bringt service timo jetzt noch drei siege hintereinander dann bin ich wieder ein platin und ich bin wieder gold 2 das ist nicht gut stufe dich mal weiter runter garantiert nicht drei siege timo hintereinander so langsam war mir wird auch waren namen das kann namen gesagt waren b a r m hat etwas waren der typ ist in der gilde wo die also ein clan die raus heißt wer wer der typ den habe ich nicht den hätte ich doch gehabt den hätte ich auch gehabt ich habe keinen boost ich hätte es auch nicht mehr den müsste ich im normalfall eigentlich haben waren sie auch waren lilly deiner timo ja ja sehr schön genau so und nicht anders war hilfe dabei ja die musst du haben und da müsstest du jetzt sein bin ich doch auch ich habe schon wieder kein boost da komme ich nicht ran ohne boost der wieder in die tasten reingebügelter muss ich da war nicht schön ich weiß aber für dich hat es gereicht habe ich da brauchst du nichts haben du hast in der mitte zu fahren bis in der mitte geh rein ich habe kaum noch boost ne mit huddy im bed das ist auch warm eigentlich wollte ich erst da nicht fahren aber der war auch nicht schön da hin denn hier oh der kam richtig bescheiden rein da haben wir aber noch mal glück wo wolltest du ganz händen? wolltest du die Decke inspizieren? ja, ob du von oben weg runter springen den hat er nicht, den habe ich jetzt auch nicht den habt ihr alle nicht den hast du auch nicht, aber hattest du leider gehabt aber wenn ich den nicht gehabt hätte hab ihn abgelenkt den musste ich zerstören der geht der war auch kein boost mehr dann hol dir boost aber ich mein nein, ich bin auch vorbeigesprungen egal ein Gegentor das ist nicht egal die Decke inspizieren, genau ich wollte gucken, ob da oben ein Leck ist, aber wir haben nichts gefunden das regnet rein, haben sie gesagt so, ein Tor muss noch, für die absolute Sicherheit ich glaub fest an dich, dass du den machst also für uns ein Tor, ne? ja, ich dachte du fährst und deswegen bin ich zur Seite gefahren bist du da? ja, aber zu spät und wenn du zu spät bist, dann sag mir das eben bitte oh, der geht bei uns rein sowas hat Timo nicht nein, hab ich auch nicht hat er wohl egal was passiert kein Tor mehr ja, ja, geht doch anstrengend, anstrengend, anstrengend egal, Sieg ist Sieg ich muss mir mal ne, doch nicht rein Sieg, dann kriege ich die Silberbelohnung für diese Saison da hab ich letztes Saison schon gar nicht gehabt ich kann das dann gar nicht mal weitermachen da muss ich Platin Sieg für haben ach so, bin gelassen nö, ich hab ja immer mal wieder welche ich sehe, wieder Cola, yeah hier ist ganz richtig rundlaufen, du ich hab auch Cola hör mal ich hab auch Cola wusstet ihr, ich meine, das ist jetzt ab April so mhm ihr habt ja bei den Cola Flaschen allgemein bei vielen Flaschen schon den Deckel, der gar nicht mehr abgeht ne das ist jetzt so oder soll so kommen dass, ähm wenn ihr die Funflasche abgeben wollt und da ist kein Deckel mehr dran dass der Automat die Funflasche nicht mehr annimmt ok, das ist mir neu das wusste ich auch noch nicht richtig miese Sache Cola Party na dann nicht, dann spielen wir jetzt mal nächste Runde will ich erstmal kurz Sachen einsammeln ne das weiß ich genau, was willst du einsammeln ah, gegen Team, wir verlieren na man böser, böser, Polautomat hahaha Musst du mal googeln Alter, ist der gebackt. Ja. Richtig miese Sache. Hat den bitte, hat den bitte. Ja Timo, ja Timo, ja Timo, ja Timo, ja. Timo geht richtig steil. Ja, der wäre noch fast rangekommen. Nachher noch eine Runde gehen Connor und Chris. Wenn die wollen. Den habe ich vielleicht nicht mehr. Na, zeig doch. Der hat mich richtig einfach ausgespielt. Okay. Das ist ein Argument. Das war mir irgendwie klar. Mann. Timo fahr davor. Ja, was du tust jetzt auch wieder. Kick ihn jetzt einfach weg. Vorfahren und stellen. Der kommt richtig mies. Hast du Timo? Sag doch. Boah. Ah. Was ein Ärgernis. Mann. Hast du gut gemacht Flo. Ich hab Lust kam. Ich auch nicht mehr. Hast du. Hast du. Ich hab nichts boost. Ein Glück. Dann krieg ich jetzt das erste Mal raus. Haben sie eh wieder. Haben sie auch. Aber erstmal bisschen Ruhe kurz. Was für Ruhe. Die sind doch direkt wieder da. Schlecht sind sie die beiden auf jeden Fall nicht. Sehr schön. Der war gut. Was? Dann hat er auch noch der Spacken. Klar hat er den. So. Da musst du bestören. Das war ein Teamwork. Ich hab dich von unten berührt. Ich hab gleich wieder 50 verraten nach der Runde. Fahr zurück. Von unten. Gib Discord in den weg. Ich kriege die dicht. Im Weg. In den 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 weg. Ich hab zu früh gedriftet. Ich hab viel zu früh gedriftet. Guck's dir an, Timo. Ich steh wahrscheinlich schon. Mist, jetzt müssen wir definitiv ein Tor machen. Ja, ich bin dabei. Das ist ja das Problem. Ja, den hätte ich letztes Mal noch gekriegt gehabt. Heute ist es nicht so... Oh, na komm, den hab ich versaut. Ja, weil du konzentriert warst. Ja. Ich hab ihre Nachricht gelesen. Du musst immer voll Fokus sein. Mein Simson Stuhl? Ich glaub, Stuhl. Simson Stuhl? Simson Stuhl, ja. Nee, heute tatsächlich nicht. Ja. Ja, gerade. Das verkacken wir. Ich hab gesehen, wie ich ihn angetäuscht hab. Ich verstehe aber nicht, wieso du zu mir kommst und nicht in der Mitte. Mal. Mal. Mal, Mist. mehr doch kann zumindest noch in sechs sekunden noch zwei toren machen das schaffe ich zwar nicht aber ich wollte auch noch mal ein tor machen als er wird zwei tor ich habe mich ich habe nicht ein tor gemacht ich habe trotzdem mehr punkte ja und wenn du mir parade gemacht hast aber ich habe tiefer im spiel dann ja wir haben zwei gewonnen 1 verloren jetzt gerade jetzt müssen wir noch mal drei gewinnen das ist das problem simson ich habe gerade schon eben gesagt nein heute nicht schon zweimal ja tanken tanken heute nicht ja 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 und meine sachen einsammeln ich jetzt freigeschaltet war auch in der season noch nicht viel aktiv sieht man auch ich habe alles fertig also alles was jetzt geht das kann ich habe gar nicht aufgarten was jetzt alles angesammelt ist ja auch egal seltener dachraufsatz ein fisch dem muss ich drauf machen scheiße ich hätte auch auf anlegen drücken können dass noch irgendwo was ich bin dafür dass wir ab zehn uhr bis elf uhr fort spiel da bin ich raus das ist ja ärgerlich so jetzt können wir wieder er will zumindest wieder auf mittel genau voll drei ich möchte gern auch wieder auf platin streng die hand flo das liegt nicht an mir doch klar ich bin doch mal nach vorne gekommen wusste ich doch den hat er nicht doch ich bin voice ich bin blege ich bin voll ok da kann man schon zu weit raus damit habe ich nicht gerechnet dass es so weit raus kommt vielleicht bist du auch einfach nur zu weit reingefahren das kann auch sein ich kenne das noch von damals ist es so konnte ich komme nicht so schnell richtungswechsel gerade rückwärts gefahren bin doppelsprung vorwärts ja da musst du mal auf erst mal so schnell darauf kommen kommst du er hat mich gekriegt nächstes tor ja da bin ich nicht angekommen bei aller liebe das läuft ja richtig super da wärst du angekommen hihihi dann wäre ich auch dran gewesen oder wenn ich da reingekommen wäre wieso kommt jetzt nur noch jeder nach hinten in das ist aber zu vergessen wo sind die sind eigentlich noch nicht mal gut die davor waren besser da möchte ich mich nicht zu äußern und zu hoch ja da 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 Nein! Mann! Stimmt, äh. Mann! ja wenigstens ein ehrentreffer haben sie geschenkt das kann angehen ja 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 sehr schön ich bin von hier aber nicht rein du musst mit kommen ja ich bin da ja 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 No sorry, dafür wär's Gegenspieler. Hol ihn dir los. Nein, dann klau mir doch nicht immer den Boost. Find ich nicht witzig. Wenigstens die Musik ist gut, ne, Lilly, wenigstens etwas. Jetzt komm, dann müssen wir auch wieder mal ein gutes Spiel haben. Man muss auch sagen, die haben viel mit langen Bälle gearbeitet am Anfang, ne? Die musst du trotzdem haben. Die müssen die beiden auch haben. Schon wieder? War schon wieder. Schon wieder die beiden. Ist das wirklich? Ja. Ja. Wieso das denn? Weiß ich nicht. In der Mitte? Er probiert mich zu zerstören, was ist er denn für ein? Ah fuck. Entschuldigung für das Wort. Hast du? Mitte? Sehr schön. Ist das wirklich die beiden? Ja. Ja, das sind die beiden. Da musst du gleich mal kurz warten mit ihm suchen. Bist du in der Mitte? Ja. Ich krieg den nicht in der Mitte. Entschuldigung. Timo! Hast du? Habe ich nicht. Ah. Willst du zurückfahren? Besonders am besten in dem Moment. Kann ich nicht, wenn ich den gerade da gekriegt habe. Er meint schon davor. Ich fahre diesmal. Ja. Alter, bei mir lag das Spiel richtig, ne? Der muss einfach weiteres flachhalten. Ich fahre jetzt noch mal mit nichts zu werden. Und immer noch gegen die fit. Dann zerstöre ich den vielleicht nur noch in einer Tour. Oh, das werden wir jetzt recht. Nein! Marine! Anstrengende Purs, sagst du heute schon wieder so. Komme ich auch schon so langsam leicht in Schwitzen hier. Bambi, machst du? Nee, mach ich nicht. Nein! Bisschen später und dann hätte ich ihn gehabt. Die geht rein. Doch nicht. Deine hat mich zerstört. Ich bin erstmal ein bisschen rausgekriegt. Hab dich schon wieder zerstört? Nee, ich hab eins zerstört. Leider kein Boost. Muss er haben. Ja, top, top, top! Nein! Mist! Wir gehen rein. Egal, eineinhalb Minuten haben wir noch, kriegen wir noch hin. Was meinst du? Das sehe ich nicht. Okay, jetzt. Oh! Dann haben wir die Optimale. Ja, wirst. Ja, wirst. Ne, ne. Dann haben wir die Optimale. Ja, wirst. geht rein man ja bloß wie optimistische summe das problem er gibt dann immer zu schnell auf was soll ich dann jetzt noch ja aber bei einer halben minuten und wettest du auch die müsste sein können vorbei endlich ich brauche jetzt eine zigarette leute das nützt nichts das spiel das regt mich auch wieder ja gar nicht ich 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt sowas musst du öfters machen, oben an der Kante und dann... Sünde mal ich! Was ist das? Hast du Timo? Du hast gerne einmal gespielt, nach 2 Minuten stand es 6 zu 9. Kein Boost, ich habe keinen Boost! Oh der war von mir scheiße! Boaaaah! Da komme ich nicht mehr hin! Ich auch nicht! Da komme ich wohl noch hin! Ich bin bloß gerade chronisch Boost los! Wolltest du es mal rückwärts raus probieren? Klappt zwischendurch ganz gut! Oder hätte ich hinfahren sollen? Oh du machst schon! Da komme ich nicht mehr ran! Schade! Sonst guter Pass! Mist! Geht rein Timo! Nein geht da nix! Mist! Boah! Für den Gegner habe ich ausgemacht. Das war beim ersten mal nicht anders! So gut bin ich jetzt auch nicht! Also eher schlecht wenn wir mal die ganze Liegen über mir an kurz... wie die alle spielen können. Oh Timo, da ist nix gut. Der hat auch keinen Boost mehr, sonst hätte ich den wahrscheinlich noch gekriegt. Der kam schon scheiße rein. Das war auch nicht mit Absicht von mir, muss ich ehrlich sagen. Naja, alles gut. Kann passieren, das passiert mir auch etwas. Guck mal, immer meckle ich ja gar nicht. Doch, immer öfter. Nein. Achso. Nein. Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen, Mann. Nein. Wie war das noch? Na, gibt es eins für ihn? Geht haben wir jetzt nicht. Wenn denn heute Abend im Bett. Das ist ähm, ja. Was machst du da? Weiß ich noch nicht. Ich überleg noch. Du hast wieder gelenkt, ne? Du musst du hin? Was hast du sagt? Ich habe die extra weggekickt. das weiß ich doch nicht das gibt es doch nicht mehr siehst du doch immer zum schluss hat spielen wir es immer zum schluss und dann gehen wir eine verlängerung verkacken oder verkacken vorher schon auch wieder zum schluss eine niederlage noch nicht immer dann weiß ich nicht dann weißt du nicht ja dann kann ich nicht mehr mit spielen dann streng dich an nein das ist mein limit ich gehe nicht runter in zwei ja gesagt dann streng dich an ja und ich sag nein einfach das hätte ich dinge gehabt definitiv dann hättest du mich für dich dann direkt darunter wo ja darunter ist nicht da direkt vorn bei nicht ganz drunter aber ja das ist ja nichts gutes gehe vor allem also das sind so infos da könnten wir darauf verzichten oder ich teile mich gerne mit das hat aber gut und schnell reagiert schön schöne sache dich? ich habe ihn nicht ran die sind nur top secret die sollten die sollten einfach verboten werden wieso wusste ich das? ach Mist was ist er denn für einer? zerstört er mich einfach? voll gemeint von ihm ich will dass du ihn jetzt zerstörst das ist die rache lily zeichnet achso hattest du das video eigentlich noch fertig gemacht lily? wir haben leider keinen boost jetzt habe ich den boost dann hast du den ja jetzt damit habe ich nicht gerechnet dass ich den an der stelle kriege für vierte saß hihihi maaan schon wieder ich glaube der hat mich nicht lieb Boah, das war aber knapp, ne? Das nächste Mal nur gerade gegenfahren und nicht lenken. Ich hab's mal gewollt so. Ah, den hat er noch. Soweit vorgelegt. Das muss ich noch machen. Ja, alles gut. Kein Stress. Kein Stress. Das nur, ich könnte mir das so angucken. Okay. Timo. Willst du das Tor? Ja. Scheiße. Scheiße. Den hätte ich haben können. Ich hab keinen Boost, sonst hab ich den im Normalfall. Du, 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 du. Nee, du machst du, du, du. Ja, wegen dem Lied. Ah. 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 Glück. Da hätte ich, glaub ich. Achso, Timo. Nein. 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 Oh Mann. Weil du da so kack noch in der Luft warst. Und dann noch rüber gesprungen bist, weil du dachtest, dass ich den Ball nicht krieg. Oh Mann. Ich musste mal kurz mit dem Mikro ausmachen. Okay. Ich musste eben eine Runde schreien. Das war aber diesmal nicht meine Schuld, ja? Hm. Komm, eine Runde können wir noch. Ja. Ja. Dein Lieblingslied? Wie viele Lieblingslieder hast du denn? Nö, das kommt gar nicht so auf das Lied tatsächlich. Startest du jetzt noch eine Runde oder nicht? Ja, sofort. Gib ihm eine Sekunde. So, nochmal volle Konzentration. Ich möchte gerne noch, äh, danach noch zwei Wunden Fortnite spielen. Ich nicht. Ich ja. Ich nicht. Kannst ja wohl mir zuliebe mit 3 tun, oder? Bitte. Wie selten sag ich bitte. Ist mir egal, du kannst doch auch bitte sagen, wie du willst, ich spiel kein Fortnite. Ja, dann spiel ich jetzt auch nur noch die Runde und dann bin ich gleich raus. da geht nach Held. Mh, merk ich. Sehr viele. oh man yeah fliege wir streiten nie ich sage lediglich wenn er nur meine Meinung ich sage lediglich Die Wutprobe, ne? Hast du auch zu oft geguckt, ne? Die Wutprobe, ne? Ich weiß nicht, dass wir da noch ein paar andere Figuren gekriegt haben Das war's für heute. ja das ist schon nicht schlecht gefilmt war das ein frosch das schaffe ich nicht da 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 Dum dum Okay, wo der geht Der geht Der geht rein Der geht auch rein So Nein, der geht Let's Der geht 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 Ja Der geht 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 Und Ja Der geht Die 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 Tschö Tschö Der geht 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 der Der geht Der Bis zum nächsten Mal.